Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Neues Paket, neue Runde, neue Folge. Was ist das? Ihr solltet erraten, was ich euch als nächstes vorstelle. Drei Tipps gibt es. Der erste 212 Gramm und 92 Millimeter. Der zweite Tipp lautet 8 Megapixel Kamera und 2,2 GHz Prozessor. Und der dritte und letzte Tipp lautet 1080p und 2 GB RAM. Ja, das war's mit den Tipps. Schreibt mir doch mal, was ihr vermutet. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.